So, willkommen zum neuen Part. Let's play Harvest Moon. Die Sonnenscheininsel. Ich freue mich auf einen neuen Part und ich hoffe auch ihr. Ich muss nämlich heute ein bisschen leiser sprechen. Also nicht, wo man heute ist. Wie gesagt, heute ein bisschen leiser sprechen. Aber ich freue mich drauf. Ups, da lag Spaß. Na, Spaß nicht. Ich weiß nicht, wie glaube ich die Musik machen möchte. So. Ja, so ist gut. Ja, so ist ganz toll. Doch. So. Ab geht's und los geht's. Mit dem neuen Part. Ja, Harvest Moon. Die Sonnenscheininsel. Wir schauen mal nur das. Wir schauen heute mal nur das, was uns heute erwartet hier in der Stadt. Ich bin gespannt. So. Wir sagen erstmal Hallo. Ja, zu allen sage ich mal so. Wie geht's denn denen hier allen? Ja, ich denke schon gut. Ja, ich denke schon, dass es ihnen allen gut hier geht. Hallo erstmal du. Guten Morgen, Mami. Frisch ans Werk heute. Ja, richtig. Heute ist er frisch am Werk. Heute frisch am Werk. Genau. So. Okay. Wie geht's dir denn morgen? Wie fühlst du dich? Der Körper ist dein Kapital. Ich habe halt auch keine Tiere, aber was soll's. Irgendwann kriege ich mal Tiere, aber jetzt noch nicht. Jetzt kriege ich noch keine, ähm, keine Tiere, genau. Ja. 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 so ist gut ja guten morgen angel in der früh ist toll der salzige wind ja richtig schön angesandt ein bisschen hier paar sachen pflücken genau ein paar sachen hier ein einstecken genau hier ist dann war es so viel tanker seetank da kann auch geld verdienen sehr gut kann auch verdienen so hallo hallöschön hallöschön schuppi 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 wo werde ich heute mal angehen ja weiß ich nicht weiß ich nicht wo du angehen kannst ok ok na gut da muss ich eben verkaufen verkaufen wir immer hier beim ein bisschen normal ja genau schön dass der ja wir kaufen eben wie beim schen richtig ja auf meyer ja gerne danke da auch viel danke so wenig gibt es hier mehr waren aber gut es ist okay 60 hoch nicht schlecht was viel aber es freut mich auch 108 jahr und acht das gut dass man auch bekommt das wollen mich sehr vielen dank ja bitte schön habe ich noch was ich glaube nicht oder das habe ich gar nichts mehr okay danke danke vielen dank ja vielen vielen dank ich glaube ich auch nicht hier auf den seelen hier die ziemlich neu die insel die kinder glaube ich noch gar nicht nicht noch nicht durch die winsel die stand früher ein leuchtturm ja früher auch nicht nicht mehr schade schade also wie gesagt tut mir leid weil ich ein bisschen leider spreche aber was soll es ist halt manchmal so was machen müssen tut mir leid tut mir leid ganz gut heute ganz gut heute ja können eben noch mal eben meine sachen gießen ja gut sehr gut freut mich haben wir haben auch jetzt die rüben noch sehr gut gern war schön schön gehandelt schön schön gegossen haben wir sie sehr gut ok ok morgen ok morgen hat sie geburtstag hier hat einer geburtstag morgen ok nicht schlecht dann hat er und dann ja gut das sehen wir auch dann aber freut mich dass wir dass wir